Das ist ja ganz einfach, was wischt man mit denen zusammen, der Michael Weißes, Babybrei vom Kinderhochstuhl, Katzenpipi wischt man zusammen, da macht jetzt ein Sternekoch Werbung dafür. Das ist doch Themaverfehlung, ein Sternekoch, der Werbung macht für Papierküchentücher, das ist so, als ob ich mir ein Packerl Kondomi kaufe, wenn ich es aufreiße, tönt die Stimme von Ursula von der Leyen, die singt ja Kinderlein Komet. Moment, na, das ist vorbei, na, kann man das jetzt sagen, jetzt ist sie ja, Moment, man muss ja, man muss ja dazu sagen, jetzt ist sie ja nicht mehr Familienministerin, unsere gesamtdeutsche Wurfmaschine, die hat ja, die hat ja, die hat ja, die hat ja 18 Kinder, die haut sie raus wie die Katzl. Jetzt haben wir als Familienministerin Frau Dr. Christina Schröder oder Miss Facebook, wie ich sie immer liebevoll nenne, ich bin ein ganz großer Fan von ihr, sie hat einmal in einem Interview gesagt, als sie 14 war, sind alle in ihrer Klasse auf Pferde gestanden, sie aber stand auf Helmut Kohl. Mensch Mädel, dagegen gibt es doch bestimmt auch was von Ratio Farm. Aber das macht, das sind so schlechte Zeit.